und was willst du mit dem motorrad weiss ich nicht können da nicht drei drauf sitzen das schlechteste online modus seit age of empires 2 gegeneinander ich versuche es jetzt noch einmal wenn es nicht geht dann scheiße ich auf das spiel dann spiele ich halt kein online mehr gerade wo wir online spielen wollten ja ich habe keinen bock auf das 10.000 spiel nur zu starten das habe ich gestern bestimmt in einer der stunden gemacht jetzt kann nichts druck machen dass du morgen ab morgen spiele ich eh kein gta online mehr oder das magic draußen insofern spielst du nie wieder die ganze woche spiele ich beyond the souls die ganze zeit über alter jetzt haben wir ihn stehen was ich habe auch noch ein fahrungsmars zu einem laden dass wir den ausgaben ich würde jetzt was sinnvolles machen wenn wir auf alles machen welchen laden denn ja ich mache die einen auf der karte als habe ich das spiel gestartet schwarzer bildschirm ja kenn ich ja playstation hat sich aufgehalten ja kenn ich ja mein download den ich seit fünf stunden laufen habe ich stecke jetzt hin wenn der weg ist dann mich das ding echt alles mal naja was machst du denn hä greift und breit keiner auf der straße weg links rechts voll in ihn rein jetzt fahr einfach ihr habt ihr markiert fahr ja mach ich doch ja aber doch nicht so war normal auch schon nach einem gescheiten auto es ist eskaliert ja ich merke ja schon dann können wir jetzt gleich jetzt zur zweiten auto superieren ist ein gutes zweier oder was ja wenn man alex momentan nichts auf kann ja der lane ist jetzt offline und der rechts links gar eher machst du mich echt wahnsinnig das ist gut zu wissen da war doch was oder nicht der silberne dahinter oder der gelbe da der rote da der orangene naja pass doch mal auf der orangene sieht doch ganz okay aus los oh 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 Und dann gehen wir überfallen da. Ich hab gar keine Maske. Scheißegal, die bringt glaube ich eh nichts. Wir kriegen sie nämlich nicht absetzen. Oh, das Ding hat Frontantik. Der hat nur eine Kasse. Egal. Schrei über den Headset. Hey, Geld. Was geht ab? Müssen wir auch einfach schreien. Hey, du bist echt ein netter Typ, du. Drei Sterne. Halt. Wieso hast du den angeschossen, oder was? Ich hab ihn auf dem Holz. Warum? Einfach so. Es gibt nur mehr Probleme. Kein extra Geld, nichts. Das war aber lustig. Außerdem hab ich ja jetzt nicht das Schlamass. Ja, super. Man gibt mir die Hälfte vom Geld. Ja, ich kann die auch jetzt hier absetzen. Ja, ich bin da dabei. Ich muss ja grad gucken, wie das geht hier. Inventar. Bargeld. 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 Und dann ist das extra Button, äh, vom letzten Job teilen, oder sowas. Oh, fuck. Geht's halt. Ja, danke. War jetzt nicht wirklich viel. Ne, hatten wir nicht so Glück. Obwohl ich bin nicht aus der Stadt raus, war das auch doch. Mein Frontantrieb ist gay. Ja. Oh, heizt hin, zurück, 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 zurück. Ja, da kommt der Heli. Du holi. Ja, das wär so oder so schiefgegangen. Mit drei Sternen dauert das auch ne Zeit. Ja, genau, ach. Ja, das kann ich doch nicht wissen, das war mein erster Auftrag. Wir können gleich mal zum Strand und mir ne Maske kaufen, hab ich gehört. Ja, das bringt nichts. Die hast du da nur auf und sie ist dumm aus. Und wenn sie haben willst, können wir da gerne reinfahren. Wieso müssen wir zu blöd, sie abzuziehen. Hä? Was hat mich denn da jetzt gesehen? Würdest du dich verarschen? Hä? Wo fährst du hin? Weiß ich nicht. Ein bisschen querfeldein. Wo fährt der hin? Geradeaus. Rechts. Wollen wir doch mal unser Auto wechseln. Los, der rote. Heizt. Wir haben ihn dabei. Das Ding heizt halt nicht. Oh. Geht ab, oder? Ja. Geht ab, oder? Ja. Oh Gott. Ich höre kein Motorgeräusch von denen. Hammer leise. Ein E-Auto? Hehehe, so schnell fährt kein E-Auto. Ja, wo soll ich denn hin? Ja, überall da, wo diese Körbe sind. Zum Beispiel da. Oh Gott. Ein Bickse. Es nervt ja nicht immer die Straßeseite auf einemersend. Ja, ohne blinken, ohne alles. Du musst vorbei. Hab ich aufgewirkt. Danke, Hütt. Ja, gib Gas. Hä? Er soll Gas geben. So, könnt ihr mich einladen? So schnell wie schnell ich kann. Ähm, macht dann... Er wird ja haupt. Hendrik macht es gleich, wenn er im Auto sitzt, hoffe ich dann. Ja. Jetzt hau rein. Nimm Stoff. So, Start online. Freunde. Also, Alain, Spiel beitreten, Spieleinladung senden. Senden. Müsste raus sein. Ja. Ich denke immer, Lukas hat mich eingeladen, ey. Ich bin so gemein. Nur du fährst da in das Re... Oh, nice. Ist weg. Ist einfach weggeploppt. Ne, doch nicht. So, wieso sind da wohin wieder. Da war gar nichts. Oh, Alex ist bei mir als Punkt da unten rechts. Na, komm mal hin. Ich war erst direkt bei der Polizei. Ja, aber wir können die nicht mitnehmen. Alex, such mal ein viertüriges Auto. Wenn du gleich geladen hast. Weiß ja nicht, ob du da schon rumlaufen kannst. Wir rasen lauter Autos rum. Wir suchen so ein viertüriges. Ah. Ja gut, wir haben die Polizei weg. Können wir auch gucken. So ein Schrubber. Ist das nicht viertürig? Ja, das ist doch scheiße. Na gut, besser als nichts. Ah! Bei mir ist der erst ausgestiegen, als ich schon mit ihm am Fahren war. Die Tür ist abgerissen, ey. Und der Typ steht einfach auf. Lass mich fahren. Ich habe uns was schönes, schlichtes besorgt. Nein, nichts ist da. Oh, jetzt fährt es weg. Okay, ich habe nichts. Ich habe aus Versehen die Scheibe davon eingeschlagen und dann ist er weggefahren. Ich glaube, das war Alex seiner. Ja, das war's ein schwarzer, gell? Ja. Ja, ja, der ist da panisch losgefahren, ey. Ey. Habt ihr jetzt einen Viertürer? Ja. Ja, der hat vier Türen. Du sollst ja nicht die Scheiben kaputt reden. Ja, mach mir mal jemanden, mach hier. Es geht ab. Ich bin am Rauchen, ich kann gerade nicht. Ich mache halt selbst eine. Ich habe eine gemacht. Ist da wirklich ein Einkaufsding was? Dein Ernst, ich habe irgendwo gesagt, das ist mir gegenwärtig an dieser Sitzung teil. Ach, ja, hab ich dich getötet. Ja, weil Hendrik mich irgendwie getötet hat. Ich rauche gerade wieder. Es geht ums Leben, aufs Leben, weil so rauchen wir zu Lukas. Nee, nicht. Vielleicht ist mein Charakter auch jedes Mal, wenn ich einsteige. Ah, der Bullenwache vorbei, haben wir. Mit dem gestohlenen Auto. Ja, na gut. Ist das jetzt da überhaupt wieder richtig, was du da markiert hast, oder nicht? Nein, ich habe falsch markiert, markier mal wer. Gut. Ja, mach doch einfach selbst. Wo wollen wir denn hin? Ja, ausrauben, was sollen wir sonst machen? Wir können ja, wenn wir Jobs beitreten, dann kackt ihr wieder ab. Wir können dir ein Auto abgeben, ist schon Donnerstag, oder? Weiß ich nicht. Wir können doch versuchen, ein Auto abgeben. Ja, okay, erst Donnerstagabend. Insofern, erst Donnerstagabend, wir müssen uns auch mal fallen. Ja. Da vorne ist doch so ein Basketball-Ding, oder? So ein Korb. Weiß ich nicht, ob wir das schon gemacht haben. Aber, nee, doch, das müsste gehen. Aber wir lassen vielleicht ohne Polizei reinfahren. Cool. Hendrik geht rein, und ich fahr. Du willst. Und Alex sitzt auf, gar... Alex geht mit rein. Stimmt, da können wir eigentlich mit rein. Vielleicht ist er in mehr Bedrohung, oder so. Dass es schneller geht. Hier waren 79 Dollar leider nur. Bändisch immer. Kauf mir ne Cola. Es gab 4K. Warte, ich hab hier noch die Cola, wartet mal kurz. Nee, beeil dich. Ich werd abgeschossen, Mann. Aua, ah, go. Die läuft, oh, jetzt läuft sie außen rum. Ja, einfach los. Trollaloll. Ich hab mir noch ne Cola gekauft. Ach, ich hab mir noch ne Cola gekauft. Ja, recht. Kann ich da nix für, hier hat die Durst. Was war das denn jetzt? Inventar. Bargeld. Globteilen. Oh Gott. Irgendwie teile ich das denn jetzt? Ich kann ja keine... Ich kann keine 33% machen. Ja, mach einfach 30-30, und dann hast du halt mehr. Da, die 10%. Ja, ne, ja, ich kann 35-35-30 machen. Nein, der kriegt 5% weniger. Dann wechseln wir das halt durch. Keine Ahnung. Dann krieg ich diesmal 5% weniger und dann siehst du mal du und dann Lucas oder so. Ihr habt hier einen Anteil. Oh fuck. Was, was wird das? Hahaha. Der Schirm geht nicht weg. Oh Mann ey. Wollen wir nicht lieber so einen nehmen? Hm? Es ist ein Jeep da. Ja, können wir auch. Ja, das ist ein Alarm. Noch mehr als das hier. Weiß ich nicht. Kommt da auch sehr bien aus. Kannst du mal zum Maskenladen fahren, wenn ich steine? Ich will mir keine Maske kaufen, damit ich keine Maske mehr anhabe. Ja, markier mich. Der ist da hinten am Strand. Fahr einfach hinter uns die Straße lang. Hinter uns, 180 Grad, Junge, und dann zum Strand. Hm. Ja, das ist jetzt die Sternen los. Wie ist die nicht auf der Karte? Ja, ja, ich glaube schon seit links, ne? Mit zweimal nach unten drücken am Start, machst du große Karte, gell? Kurzzeitig, die Minikarte. Naja. Die besoffene Fäder hier. Steigt ja nicht aus. Du willst mir dann sagen, ob es dir geht mit keine Maske? Ja, das geht. Ich habe jetzt keine Maske. Ich habe ne Glatze! Ich habe ne Glatze. Ich habe meine Frisur behalten. Ich ziehe mal lieber keine an. Ja, mach mal bitte beim nächsten Frisur mal Pausen machen. Der ist gleich daneben hier, oh, jetzt steigt Hendrik da rein. Ja, stimmt, klar. Ich laufe kurz hin. Jetzt läuft der da wirklich hin. Ja, du bist so. Es gibt Ausdauer, klar. Ja, du bist so. Ja, geil, du hast dich geklärt. Das war 2.000 Dollar, die Dinger jetzt da weggehauen, das. Du bist gestorben. Alter. Hast du das Geld bei ihm eingesammelt? Ja, 100. Ich habe es nicht bekommen. Das wusste ich nicht. Das ist 2.000, gell? Das ist voll uneffektiv. Zu sterben hier. Das wusste ich nicht. Das merke ich nicht. Das wusste ich nicht. Irgendwann cool aus dem Berg. Mal zum Klamottengeschäft da vorne, Lukas. Und nimm Hendrik aber erstmal mit. Ich bin hier bei einem Friseur. Dann warten wir kurz. Ich muss nochmal zum Klamottengeschäft. So geil, ey. Ich sehe, wie er auf ihn zu hält. Und Alex sagt, da war wohl nichts. Nein! Oh, ich habe direkt X gedrückt. Ich troffel. Was hast du gekauft? Für wie viel? Irgendeine Kackfriseur habe ich gekauft. Für 100 Dollar. Die Zöpfe? Ne, weiß ich nicht. So kurze Friseur. Gefällt mir gar nicht. Oh Gott. Kommt nochmal was gescheitert. Geht das bei raus. Gewusst. Vielleicht könnt ihr mir bitte ein fröhlicheres Make-up gebaut. Ja, mal bitte. Schnelle. Was? Wie lange brauchst du noch beim Friseur? Gib mir noch ein schickes Make-up. Fahr mal zum Kleidungsladen, bis der da fertig ist. Wo ist der Kleidungsladen? Markiert oder was? Ja, fahr die Markierung lang. Dann kommst du an ihm vorbei. What the fuck? Ach, da ist ein Reifen kaputt schon. Von meinem Burnout gerade oder was? Toll. Toll. Wir machen ein ganz dezentes Make-up. Oh ja, geht's. Oh, jetzt haben wir Sterne. Zwei Stück. Ja, dann holt mich hier schnell ab, bitte noch. Ja, das geht jetzt gerade schlecht. Ja, dann könnte ich ja vorbeifahren und dann steige ich kurz ein. Hängen sie doch erst mal ab. Ja, ich hab die Drehung, wann ich gewollt. Das ist ein Reifen kaputt, Alex. Wir haben eine richtig schöne, vier-türige Karre bei, du meinst. Seid denn ihr da? Oh, die geht auch richtig gut ab. Ja, dann steigen wir gleich bei Hendrik ein. Aua, aua. Seid denn, er macht schnell. Boah, was soll der Scheiß? Oh, wieso läuft dein Kaktussi da so rum? Ah, ah. Ja, ungefähr dieselbe hatten wir auch gerade. Wie sich mit dem Burnout die Reifen kaputt gemacht hat. Oh, super. Das ist super. Hallo. Ja, was ist? Hm. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. Nääää... Genau. Du bist so behindert, weißt du das? Ach, das ist kein U-Boot. Hammer. Ich weiß, was ich tue. Weil Sterne am Arsch sind hier im Hafensekten, ey. Du bist der letzte Idiot. Prozent 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 wenn es nur ein bisschen was ist ein Problem weiter lassen wir so einfach mal Krieg gegen diese Drecksbullen machen weil ich für meine Haus mir finanziert und nicht den Bullen Dings da mein Geld im Haus steckt dann kann es mal keiner mehr nehmen dann können wir Krieg machen aber bis dahin was sie bei uns und ich bin gerade eben erst gestorben auch nicht so mimimi ich denke weil sie ab morgen kein GTA mehr spielen in hauswöse nie bekommen ja so hast du das gerade eben ausgedrückt morgen kommt erst und dann kommt es das spiel ich nicht mehr nie wieder ja so hast du gesagt nie wieder wieso denn ja kommt ihr mal ich hab hier so ein Auto ich bin aus Versehen du hast vorsehen hier runtergesprungen ich steig ein ich hab keine Sterne geh weg ja das ist gestorben du hast mich getötet ich hab nämlich irgendwie abgeschossen weiß ich seh noch wo du gestorben bist und Lukas rennt vom Tatort weg weißt du was passiert ist ne 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 ich steh hier nur bei dem Bullen rum Heinrich stand neben mir und peck 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 ja ich wollte halt euch abholen mit dem Fluchtauto keiner kommt da schießen die mich an du hast dein letztes Fluchtauto ins Wasser gesetzt ich weiß was ich tue oh shit können wir jetzt endlich mal zum Bekleidungsgeschäft oh god ich hab auch wieder einen Stern jetzt hab ich zwei jetzt den Glückwunsch hendrich blach hol mich mal ab oder halt einfach weiter oder was ich ich oh fuck 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 hat ein Auto hier ich hab ein Stern jetzt steig ein oder lass es steig ein oder lass es ich hab keinen Stern doch jetzt hab ich zwei Sterne Hammer ich hab auch zwei ich hab jetzt zwei ich hätte keinen als ich eingestiegen bin ich hätte nur einen fahr bitte nicht schon wieder ins Wasser fährst schon wieder Richtung Strand über die Menschen hier ja die gefahren wollen ja die ganzen drei Menschen hier rum immer der ist denen über die Füße oh 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 der Bulle der ist der ist der ist der ist ja ja ich weiß was ich tue komm mal endlich da ist ne Auto Arena das ist ne Rennbahn fahr bitte nicht gegen den Baum so wir sind sie los das kannst du jetzt mal bis zum Begleitungsgeschäft fahren welchen ich weiß nicht egal ja markier mir eins ich bin bei einem fahr zu mir dann könnt ihr mich gleich abholen sogar ich hab's markiert wir haben aber kein fituriges Auto ich hab eins na gut ich hab deins ja du verreckt bist drin ich bin im Klamottenladen hier rechts hier rechts was na? ja man links mir ist da ein Dingszeichen dass es da nicht rein gehen kann oh ne doch nicht Lukas ist da drin das hier whatever man gibts hier deine Hosen drücke das um die Oberteile anzusehen Oberteile Oberteile hm hmm Sackhose Trainingsjacken eine Jacke T-Shirt wenn ihr Hosen gefunden habt sagt mir bescheid ne da hinten Putzenpullover Tanktop Bordoberteile Bikinis oh ich kann ein Bikini rumlaufen wie geil ist das denn oh der ist noch gelockt gut zu meinem äh ich brauch auch noch Unterteilhose hier Hosen da wo ich steh da wo ich steh da da hat das keinen Namen bei mir boah kommt doch noch abgedrehtes Zeug hier das ist ein bisschen zu nackt mit ner Bikinihose Röcke tu da do do Hm. Dann lasst euch mal anblicken, wenn ihr rauskommt. Wie lange braucht ihr denn da drin? Ja, darf man doch seinen Charakter hier machen oder was? Kann man ja dann noch machen da aus der Hose und Oberteil, ist da noch mehr? Ja gut, Schuhe. Schuhe, ja. Okay, Schuhe will ich nicht behalten. Ich hab jetzt eigentlich nur meine Jacke rausgezogen. Oberteil, ne? Oh, ich kann doch so derbe Ohren schützen. Scheuert. Keine Ahnung, sieht scheiße aus, aber egal, ich geh raus. Oh Gott, Alex, sieht das in die Brüste drin. Ja. Hammer, gell? Und Henrik auch. Habt ihr mal ein dezentes Make-up gesehen? Ich hatte da das gleiche Feuer, nur mit einer Jacke drüber hier. Und jetzt starre ich auf deine Brüste. Wieso? Ich seh halt aus, als wenn ich grad zum Strand gehen will. Wohin noch hier zum Strand, oder nicht? LOL. LOL. Aber wehe, du fährst nicht, dass ich da runterfalle. Los, los, los. Wehe dir. Los. Wehe dir. Du bist. Du bist. Er hat gesagt... Warte, was ich übrigens mal ausprobieren wollte. Hä? Musst du jetzt? Ja. Aha. Angeblich soll es voll das Blutblatt geben. Wenn man das macht. Mit dem Burnout? Ja, du bist nicht mit dem Reifen da. Naja, es ist irgendwie... Bei mir liegt die Leiche wo ganz anders. Jetzt komm! Ist ja schon gut. Wie hast du das geschafft, das so einzusteigen, Henrik? Was? Ich hab einfach dreigedrückt und auf einmal ist die da halt da rangegangen. Das ist voll scheiße. Weißt du wie kacke das ist? Da tue ich zu manövrieren und so. Ist mir doch egal. Ist cool. Wo fahren wir hin? Zur Markierung. Dann schau hin. Ganz kurz im Internet, ne? Was sag ich noch mein Geld? Bank, Bargeld, ne? Wir können übrigens wieder Autos verkaufen, gell? Sollen wir uns nicht deshalb mal kurz machen? Können wir auch machen. Machen wir uns kurz da ganz hoch. Da sind wir ja fast... Können wir fast da lang fahren hier. Du fahrst mal nach gutem Auto so aus, äh, aus Chevent W fahren. Alter, ich hab auch hineingeklickt. Ich bin so ein Trotto. Die Steuerung!